ja also ich darf auch noch einen kleinen fallbericht beisteuern da sind sie meine neu gebaute arbeitsstätte des kranken aus dem herzigen brüder graz die wo ich normalerweise sozusagen zugegen bin wenn ich nicht gerade als notarzt irgendwo unterwegs bin berichten möchte ihnen aber über einen fall des notarzt ich möchte mich auch gleich bei denen entschuldigen die jetzt in der erwartungshaltung sind einen vortrag über differenzierte interhospitaltransporte von kobe patienten zur verlegung zur ecma oder sowas erwarten es geht sonst hier um den kobe vor allem notarztdienst und netz und sollen mit organisierten intensivtransport und dementsprechend beschäftigt sich mein fall mit einem dienst am hubschrauber erinnern wir uns kurz zurück es war der 18 mai 2020 und nur dass wir sozusagen ein bisschen uns ins zeitsetting versetzen das ist ja fast schon ein historischer fall und heute unvorstellbar erinnern sie sich was gab es damals das gab es damals nicht der erste allererste lockdown war es am ersten mai 2020 vorbei es haben also gerade die ersten geschäfte wieder aufgesperrt es war also eine wilde kobe welle hatten wir hinter uns wo bis zu 1000 fälle am tag waren ja heutzutage loch mal über das was gab es damals alles nicht es gab natürlich keine impfung es gab damals gerade schon so genug schutzausrüstung die wurde dann mittlerweile aus china dann mit den boeing 77 nach beschafft es gab noch keinen antigen test und ein pcr das dauerte je nachdem wenn man ihn wohin schicken durfte einige stunden zumindest bis tage und es sind gerade diese ersten pcr schnelltest geräte die innerhalb von einer stunde das ergebnis auswerfen konnten auf den markt gekommen und da hatten einige glückliche institutionen hatten die schon jedenfalls wurden wir alarmiert sind die ambulanz zu einem sekundärtransport ein patient hätte geflogen werden sollen ins lkh universitätsklinikum graz und der verdacht war eben auf eine akute erorten die sektion die war dort im cd bereits bestätigt und nachdem der patient seit zwei wochen fieber hatte und einen respiratorischen infekt war auch der akute erkrankung auf die akute verdacht auf eine co wiederkrankung geäußert sage ich die große frage die wir uns am hubschrauber dann immer stellen ist es ein geeigneter patient für uns wir hatten jetzt auch sehr restriktive richtigen was den transport von kobe patienten betraf einerseits um die hubschrauber sozusagen nicht allzu lange damit aufzuhalten und auf der anderen seite wegen der doch eingeschränkten möglichkeiten im hubschrauber in dem fall glaube ich aber stand zumindest laut meinem telefonat auch mit dem kollegen vor ort deutlich im vordergrund dass der patient wegen der ort die sektion relativ rasch in den op sollte der patient darf ich nur erinnern war also 72 geboren also noch keine 50 jahre alt jung junger patient direkt im leben stehen somit war aus meiner sicht das kein thema dass dieser transport unbedingt durch den hubschrauber möglichst rasch zu machen war ja wir haben dann eine folgenschwere entscheidung getroffen wenn sie so wollen wir haben beschlossen nachdem damals das anlegen von schutzausrüstung nicht alle leute so versiert war man hat noch wenig patienten gesehen haben wir uns sagen alle schon vor dem abflug in ruhe angezogen ja das hat natürlich den vorteil dass alle in schutzausrüstung am anflug in hubschrauber sitzen müssen das war ein schöner maitag temperatur war zu dem zeitpunkt für 22 grad sonnenschein also im hubschrauber deutlich über 30 grad und das war sozusagen natürlich durchaus beschwerlich diesen anflug da in der schutzausrüstung durchzuführen wir sind dann haben wir sehr gefreut den hubschrauber wieder verlassen zu können haben in knietelfeld den patienten dann übernommen der war wie erwartet mit gcs 15 also spontan atmet gut monitorisiert so dass man also sofern das seinem notarzt zusteht sozusagen sagen konnte der patient war gut ausreichend und legeatis versorgt aber die zwei bifusoren laufen zur blutdrucksenkung eberantil und nitro in mittelgradigen dosierungen eberantils eigentlich sehr niedrig dosiert und darunter waren die blutdruckwerte stabil so um die 150 das wurde vom kollegium dort als ausreichend beurteilt und habe danach keine keine veranlassung gesehen das in irgendeiner art und weise zu verändern und wir haben den patienten dann letztlich komplikationslos in den herz op gebracht da sieht man das setting wie das im hubschrauber ausgesehen hat wenn sie dort so ein bisschen schauen der mann in der gelben schutzausrüstung das bin ich auffällig ist da das wird so schutzbrillen und visiere getragen haben am auffällig ist ja das wird sagen in völlige ganzkörper anzüge eingekleidet haben wir konnten da nicht einmal meinen helm aufsetzen weil es sonst eine ist nicht möglich gewesen wäre zu kommunizieren technisch gesehen der mann der mit dem rücken zu ihnen sieht sich der flug retter der hat einen wenig behaarten kopf wenn sie sagen dort genauer hinschauen dort ist dort im wesentlichen steht dort das wasser so heiß was da und was dann natürlich auch passiert ist dass man in der schutzausrüstung relativ wenig sieht weil die schutzbrille wenn man das ganz exakt gemacht hat eine neigung hat da entsprechend anzulaufen wir haben den patienten dann komplikationslos auch ausgeladen und eben wie gesagt im herz op direkt abgegeben der hatte dann schon einen der ersten erhältlichen schnelltests der universitätsklinikum graz verfügbar waren und wir wussten dann auch im lauf des tages dass der patient eigentlich nicht kobe positiv vor und wir sozusagen eine stunde lang umsonst geschwitzt war ja was haben wir dabei gelernt da bleibt trotzdem also nochmal dabei kobe hin oder her dieser patient war klar für den hubschrauber transport indiziert aus meiner sicht die logistik war zum damaligen zeitpunkt mit dem vielleicht nicht so geringen wissen oder nicht so großen wissen über die erkrankung durchaus schwierig vor allem mit dem vorher anlegen der schutzausrüstung nachher das ist auch gut foto dokumentiert die möchte aber gern darauf verzichten haben wir 45 minuten lang ungefähr den hubschrauber benibus genau geputzt wie die kollegen das auch schon vorher ausgeführt haben wie der rettungswagen geputzt wurde nachher wussten wir auch die beiden personen oder alle im hubschrauber finden personen entsprechend trockenlegen und musste jeder duschen gehen und wir haben sozusagen zur auskühlung in unterhose am rollfeld den hubschrauber geputzt das foto möchte ich ihnen aber durchaus vorenthalten was man sich schon überlegen muss es war ein schöner tag ist war mehr oder weniger windstill aber bei diesen bei dieser schutzausrüstung die wir hatten an dem tag das glück zwei piloten zu haben ein ausbildungs pilot mit dabei war bei schlechten wetter unter schlechten bedingungen wenn der pilot sich voll auf den flug alleine konzentrieren muss glaube ich kann man da nicht behaupten obwohl wir ganz ganz tolle piloten haben dass die dann nicht grundsätzlich in ihrem tun vor allem im sommer eingeschränkt sind warum war ich glaube ich was haben wir inzwischen auch gelernt über die was haben wir inzwischen auch gelernt über die schutzausrüstung und das möchte ich auf die frage von vorher bis land worden das kobe virus überträgt sich nicht über die haut also wenn eine hautstelle unbedeckt bleibt ist das prinzipiell kein problem so sie nachher entsprechend desinfiziert wird und sozusagen der möglichen schmierinfektion hinter angehalten wird also aus heutiger sicht das einwickeln ganzkörper anzug mit brille und einem visier wo wir weit weg von einer aerosol generieren prozedur waren und dem tragen von zwei paar handschuhe möglicherweise noch dem zugleben das handschuhe mehrmals ein deutlicher overkill letztlich würde man aus heutiger sicht auch hinterfragen ob der pilot der vorne sitzt nicht mit einer ffb maske ausreichend geschützt ist wenn wir keine aerosol generierende prozedur durchführen wäre zumindest hinterfragen zu hinterfragen ob der pilot sich sozusagen auch wirklich in einen anzug einwickeln muss ja so aber grundsätzlich überlegungen was kann man sagen zum transport von kobe patienten im hubschrauber ich glaube da muss man zwei szenarien unterscheiden nämlich den einen patienten denn da michael eigentliche davor vorgestellt hat wenn er denn dann weiter sozusagen auch im krankenhaus sich befindet und einmal verlegt werden muss also den einen patienten der wegen der kobe der krankung intubiert ist und im ards sich befindet wer so eines patienten der ein anderes notfallmedizinisches geschehen hat aber eben zufällig kobe positiv ist und logischerweise wird die zweite gruppe also der patient der grundsätzlich ein anderes geschehen hat dem wird der hubschrauber transport schwer vor zu enthalten sein während der hubschrauber aus meiner sicht nettes geeignete tool ist um einen schwer kranken ads patienten durch die steiermark zu fliegen zumindest nicht der primär hubschrauber denn wir haben die ec 135 oder mittlerweile h 135 ist von der größe her ganz was anderes als ein intensivmobil oder eben ein großraum rettungswagen gibt keinen platz gibt relativ eingeschränktes auf den primärbetrieb ausgerichtetes equipment und sehr wenig das raumangebot und auch der respirator denn die meisten notarzt systeme und auch der hubschrauber mittlerweile haben ist zwar ein tolles gerät für die präklinik klein einfach und simpel dieser melomat standard zwei aber leistet eben bei weitem nicht das was eine evita auf der intensivstation leisten kann trotz allem wenn man einen kobe patienten fliegt muss bei den hubschrauber wie in jedem jedes antretungsmittel auch nachher ausreichend desinfizieren das heißt man verzichtet also sehr lang auf ein primär notarzteinsatzmittel weil das ja noch ein element einsatzbereit ist jetzt könnte ich argumentieren es gibt in der steiermark bei weitem genug notarzt systeme auf der anderen seite sollte meine ressource die man hat auch nicht unbedingt verschwenden oder massieren hat und jeder hubschrauber transport von kohle patienten sollte aus meiner sicht kritisch hinterfragt werden wohl überlegt werden vor allem für den bereits kohle kranken patienten der andere kohle der krank und krank ist da sollte man sich immer überlegen ist der transport tatsächlich so zeit kritisch dass er mit dem hubschrauber gemacht werden kann gewähren macht werden muss oder kann man den patienten ganz normal mit einem großraum rettum sorgen im rahmen des organisierten intensiv transport wesens transportieren damit bin ich mit meinen ausführern am ende und danke ihnen einmal für die aufmerksamkeit